Sieben Jahre alte Junge, der auf die D-Punkt am Trinkungs- und Neustartungsniveau kann ich auch bei Tschüssi. Mein Name ist Nelson Müller und ich freue mich sehr, dass wir gleich zusammen kochen werden. Gleich zunächst, was wir machen wollen, wir machen einen Eintopf, ein richtiges Bauerngericht. Eintopf ist, ja, ungenommene Suppe, von der man auch satt wird, weil einfach so viel Einlage, so viel Gemüse oder vielleicht auch Wurst und Fleisch drin ist, dass man richtig gut was davon hat. Und wir werden dazu kleine Klöße machen. Also man kann das sehr, sehr gut, in manchen Hotels hat man das aufs Frühstücksgefäß geschält und hat in kleine Stifte geschickt und dann mit dem zum Beispiel. Ganz kleiner Tipp. Wie hört ihr das? Ja, das sind kleine Kerben. Man muss sagen, schneiden wir Würfe. Und das ist auch das Schöne beim Eintopf. Damit kann man das einfach so viel Schill machen, wenn man hier unterschiedliche Müsensorten in verschiedene Formen schneidet. Ja, das ist ja auch viel Schill. Das ist ja die ganze Schöne beim Eintopf. Aber das ist ja auch das, was wir hatten. Und das ist ja auch die Müsensorten. Vielen Dank.